guten tag hier ist der guzor wieder und ich habe mich entschieden einfach mal noch ein boost schauer grad 15 kasper schnell vielen dank nova ich habe mich dazu entschieden einfach ein boost raus zu knastern weil er halt wirklich mit dieser einen stunde das ist so smooth das ist so eine geile einstellung wie gesagt ja es gibt einige sachen die beim update vielleicht nicht so optimal sind aber egal oh yeah holy shit das ist auch nice erstens die bases cake ganz klarer fall und jetzt probieren wir ein queen walk außen herum außen herum und zwar legen wir los zack also die base selber ist natürlich eher so ein kleiner lacher ich habe jetzt erstmal nur nur zwei heiler rein ja weil ich denke dass halt wirklich die von den luftabwehren relativ gut geschnetzelt werden und bevor die jetzt wenn die queen jetzt außen rum geht bevor die dann mir hier fünf heiler weg drücken das muss nicht sein ich meine auch wenn ich sie habe ich kann das elixir ja ein bisschen spenden sparsam nicht spendabel an einsetzen klar so jetzt bogeyturm schnell weg ganz genau da merken wir schon wieder und guckt mal was die zwei heiler schon reißen leute guckt bitte hin jetzt hauen wir einen dritten rein und dann sollte das hier noch ganz chillig sein sind nur zwei gebäude na kommt ein vierter wir wollen es nicht zu knapp werden lassen alter komm 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 ich ich ja gut 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 also wie gesagt immer so man muss schon wissen wirklich was was die queen kann was sie wirklich ab kann und was nicht weil sonst faschist man faschist ja ne faschist ist was ganz anders aber ich würde sagen verscheißt man es aber ihr wisst was ich meine oh jetzt da muss ich aufpassen ich meine ist nur eine fünfer ja da ist es down okay ist halt wirklich so eine sache zack ganz genau und jetzt gehe ich schön außenrum weiter ich habe wie gesagt gift brauche ich jetzt logischerweise nicht weil ich weiß cb ist leer ganz klare sache so jetzt machen wir schön wir haben noch schön zwei minuten das heißt die hälfte ist erst vorbei alles okay beziehungsweise noch nicht mal yeah mike boss ist online so vier heiler jetzt wäre genau jetzt werden die heiler garantiert schade warum läuft sie da rein das ist unnötig dann will ich jetzt ein bisschen zeit sparen weil wenn sie jetzt eh da reingeht dann kann ich auch gleich mit mauerbrechern hier droppen und gleich sagen gut okay komm hier dann gehe richtig rein und dann mache ich von außen den rest mit bogeys klar ich denke mal die sollte mir da auch nicht down gehen ein ja ja das sollte passen so jetzt gucken wir mal hier wo wir hier los batschen können zack ein bisschen ablenkung und hier die bogeys hin wie gesagt ich lasse die queen einfach nebenbei laufen weil ich der vertrauen kann soweit ich weiß dass die nicht so viel mist baut und von daher probiere ich jetzt natürlich draußen hier noch ein bisschen was rauszuholen ganz klar so hier passt und jetzt muss ich hier oh cool loons ich meine die ziehen mir wenigstens die luftabwehr noch äh luftabwehr die ziehen mir wenigstens noch die ganzen devsachen weg das ist gar nicht so verkehrt ja sehr geil hier luckys in verbindung mit king ist natürlich sehr geil dass die hier schön den king down machen ach schade schade ist es ärgerlich leider dass jetzt reingegangen ist aber so ist das leben leute kennen wir doch alle wir haben noch einiges an heilern wir haben truppen mäßig nicht wirklich viel verbraten wir haben glaube ich gar doch ein spell habe ich glaube ich verwendet ein rage habe ich verwendet aber ich meine klar die base war jetzt nichts aber wie gesagt man kann ohne probleme queen walk machen so jetzt schauen wir mal wie es hier aussieht ich habe schon wieder viel zu viele mauerbrecherchen viel zu viele mauerbrecherchen so zack 24 und auf jeden fall noch einiges hier an barbaren mit dazu so gucken wir mal dieser teiler ist jetzt eigentlich schon ein bisschen im überfluss aber gut was man hat hat man ihr wisst selber was los ist so jetzt brauche ich brauche 130k im dunklen bereich das weiß ich für das nächste upgrade der queen bloß wiederum habe ich jetzt auch muss ich ganz ehrlich sagen ich habe jetzt einfach auch nicht mehr so viel angst davor weil beziehungsweise nicht so viel zeitlichen stress weil ich weiß update ist raus ich weiß auch wiederum ich kann queen walk weiterhin machen und ich hatte so ein bisschen schiss kann ich den also nicht davor also nicht vor nicht vor dem update selber vor der ankündigung weil da wurde ja gesagt hier von wegen heiler können nicht mehr so viel viel schlimmer wäre es gewesen wenn die heiler auch die bomben aktiviert hätten das wäre viel viel schlimmer gewesen von daher cool live guzua schauen wäre das gar kein ding gewesen so und von daher freue ich mich also jetzt kann ich mir halt in anführungsstrichen zeit lassen weil ich weiß gut okay das nächste update kommt erst irgendwann das heißt also ich krieg auf jeden fall beide helden noch max ohne probleme und das auch mit queen walk so ich bin auch relativ weit oben was mir eigentlich gar nicht so sehr gefällt eigentlich will ich wieder runter gehen aber naja so ist es ja halt ihr wisst doch was los ist ich habe noch mal einen angriff raus ich gucke mal gerade zehn jahr passt so ich es gibt euch mal wieder raus bis es was interessantes gibt auch nett aber wie gesagt zu hart so leute hier haben wir wieder was ich kann nicht clear das ist mist ich gucke mal ob er ja er hat er hat was drinnen in der cb würde ich gerne rauslocken und eventuell schon so ein bisschen eine vor den kopf geben na seht ihr da haben wir doch schon mal da haben wir doch schon mal ein bisschen was gekonnt 1 2 3 4 jetzt sind sie noch abgelenkt mit den bogies zack ja genau mauer ist offen ich hoffe sie rennt ja genau genau der king sollte sie so ein bisschen lenken na der hat ganz schön reingeballert da musste ich leider die ability zünden so jetzt bitte rein bitte rein bitte rein oh ah schnell alter es ist es wird halt es wird ich muss wirklich sagen es wird richtig richtig knapp also man muss echt richtig bei der sache sein also ich hau mal gleich noch ein rage rauf wenn der andere aufhört genau queen ist down also die gegnerische queen und dann hoffe ich dass ich gleich auf dem xbow gehen kann genau weil 2 mal bogie turm plus xbow das ist natürlich schwer jetzt schnell den luftfeger außer betrieb gesetzt ganz genau läuft auf jeden fall jetzt haben wir denke ich genug hier das passt mit den zwei bogie turmen vollkommen in ordnung ist okay aber man muss echt mega mäßig bei der sache sein auf jeden fall so wir haben immer noch die vier heiler bitte geh raus ich würde sonst aufgeben ja ich gebe auf egal weil ich will mir die queen jetzt nicht zerballern ich droppe gerne pokies das stört gar nicht und ich habe sie am leben gelassen ganz genau darum geht es mir nämlich weil alles andere ist relativ schnell ausgebildet aber wenn mir die queen richtig abkackt habe ich ein problem deswegen will ich das nicht machen so rage gucken wir mal hier zack 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 oh ich komme langsam mit alex in problemchen gucken wir mal wie es hier mit dem mauerbrecherchen aussieht die brauchen wir kleinen moment und so mauerbrecher action und dann ja komm leute hier egal wie gesagt dafür ist es da ich kriege wieder neue gems bald passt und dann sollte das laufen so zack angriff ah 2,5 richtig gut aber ist wirklich mittlerweile zu gut verteidigt zu gut verteidigt ich skipp euch wieder raus bis gleich hier haben wir 1,9 und den nehme ich ich wollte zuerst von oben reingehen hätte dann aber von beiden seiten die luftabwehren gehabt das wäre mir zu heikel gewesen ich gehe von hier aus rein um dann hier das de zu ziehen hoffentlich natürlich klar 1,2,3,4 ab ich bin der meinung ich musste mir das erstmal durchlesen nicht dass ich 5 dauerhaft nutzen kann 5 heiler das wäre jetzt fail da habe ich mich jetzt gar nicht so genau darüber informiert das müsste ich ausprobieren aber das sehen wir bestimmt gleich ich probiere es jetzt einfach mal hier fünfter heiler mal gucken so jetzt sollte die gleich reingehen die nette dame in blau grün so genau hier haben wir wir haben den rage noch wir haben normalen rage spell noch alles draußen gecleared jetzt geht es auf tesla aber also wie gesagt man muss hundertprozentig dabei sein man muss noch mehr aufpassen als vorher auf jeden fall und schauen wir mal die sollte nicht rausgehen nö genau genau aber jetzt geraged ja wird geheilt dass ich halt wirklich den aktiven rage also die ability noch nutzen kann wenn sie gegen die queen geht so jetzt kommt die andere queen aber die kann mir oh sehr geil sehr geil besser als gedacht so jetzt wird es langsam schwer bestimmt ha die skelette sind nicht schön ability und jetzt vielleicht sogar noch das townhall snacken alleine schon wegen den 27 dann habe ich knapp 30 prozent und das townhall das ist natürlich dann ziemlich nice wenn ich in die prozente halt reingehe und dann sogar noch ein loot bonus bekomme also ein liga bonus das passt reicht mir easy going passt es in ordnung also ihr seht es wieder queen walk ist weiterhin machbar das war es dazu ich hoffe es hat euch gefallen in der nächsten werde ich eventuell mal meine base umstellen das war es von mir ich wünsche euch was und die haut rein ciao ciao